Ralf Paschen für Jagdhaus, wir lernen zu hören. Ich glaube, das ist eine einmalige Präsentation von zwei Zwanzigerpaaren aus dem Hause Fratelli Grizzini. Beide Paare sind das Modell R1E, die absolute Spitze der Flintenbaukunst. Die Flinten stammen aus einer Sammlung, sind in nahezu jungfräulichem Zustand, mit atemberaubenden Hölzern und im Kaliber 20. Also alle Insignien der Macht sind hier vereint. Zum Verkauf stehen beide Paare und die Qual der Wahl fällt halt auf das sogenannte Silver Coin Finish von Muffolini feinst graviert. Oder für den, der mehr die Bunthärtung mag, hat von Fabriciolo die bunt gehärtete Version mit gleichem Ornament. Beide Flintenpaare sind in nahezu ungeführtem Zustand und stellen zusammen einen Neuwert von fast einer halben Million Euro dar. Atemberaubend, wie ich finde. Se cancel dir die Einf carts, den hier inhalt Farge. Ich möchte. Ich bin jetzt nicht mehr und taught. Und Mein sch0verteil für die B exactamente nicht mehr so machen können. Ich frage Sie. Ich erinnere mich sobaren율id. Ich bin ziemlich und 기�innere affintern. Ich möchte etwas Despегод angefangen. Ich möchte. Vielen Dank.